Und damit wünsche ich euch herzlich willkommen zu einem Gameplay Call of Duty Advanced Warfare mit meinem getreuen Kumpel Stiefel. Hi. Du heißt noch 7, ne? Ja, immer noch. Ja, weißt du? Also, äh, nicht wundern, warum der Loading heißt. Ich glaube, er ladet ein bisschen zu lang. Ja, ich hab öfters mal Probleme. Wie geht der? Nein. Ich muss mich mal umbenennen, ne? Boah, Alter, das kann so sein. Scheint schon seit Ewigkeiten Seth eigentlich. Ja, keine Ahnung, wie du meinst, wie du dich bist, ne? Ich nenne mich immer Seth. Oh yeah. Naja. Thontaube. Da kannst du ja auch mal... Lol, Alter, messert der mich eiskalt scheiße. Was kann ich machen? Kannst du doch mal erklären, warum du Seth heißt? Da gibt's eigentlich kein großes, äh, drumrum reden. Äh, waren einfach zwei Freunde. Die meinten, ich sollte Seth heißen, weil das mein Spitzname sei. Nein. Achso, ja, weil ich hab gedacht, er wird ne Geschichte mehr hintermordet. Nö, nicht wirklich. Das war ja auch Ironie. Achso. Aber ich find den Namen ganz cool, ne? Boah, Alter. 1, 4, shit. Ja, das steht sowieso blöd, weil ich total schlecht bin. Noi. Hab ich nicht grad... Oh, Mann. Ey, viele Leute da überall rumstehen. Ja, ne? Ich werd überall ermordet hier. Überall... Oh, guck mal. Da bin ich grad gestorben, Seth. Da, wo du grad warst. Ernsthaft? Wo denn? Wir sind schon wieder gestorben. Nein. Oh, mein Gott. Ey, das kann ja richtig wahr sein. Wieso? Aber wir haben zwei Punkte, ey. Gott sei Dank, der leckt mich am Arsch. Boah, immer ein Schuss oder zwei Schüsse, Mann. Ist klar. Alter, das ist doch... Ey, ich glaub, der Hack, Junge. Die campen auf den Dingern, ey. Die campen auf den Häusern. Blöd ist das denn? Also, falls jemand mal von den Leuten das Video sieht, geht dann, das dauert immer aufs Haus. Warum? Boah, jetzt kommt der Laser-Typ auch noch, ey. Macht doch keinen Spaß. Ey, das macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Oh yeah, ein Assist, wenigstens mal etwas. Boah, wieviel der überlebt hat. Guck mal, jetzt kommt der Laser-Typ wieder von hinten, oder so. Das stimmt, ey. Das kann echt nicht wahr sein, Mann. Pass auf, da ist schon wieder so ein Laser-Typ, ey. Der fack mich jetzt schon wieder. Ist er überhaupt hinter mir? Nö. Da erklärst du mit einem Laser-Typ. Das ist auch witzig. Oh fuck! In der Mitte? Ah, der steht immer noch auf diesem Haus, ich glaub's. Boah, gu- guckt's euch an. Er hat einen Hitmarker gemacht. Da kommt der Dreck, der zweite. Ja, guck mal, alter. Das kann wohl nicht wahr sein. Da hab ich hier eher eine scheiß, äh... Leitung, oder was weiß ich. Woran zu liegt's denn? Das kann echt nicht sein. Zwei Hit oder drei. Guck mal, dieser Miso-Lutcher. Guck mal, wieviel der überlebt. So, so, so... Tausende Schüsse, weißt du? Ich bleib jetzt noch oben und mach das jetzt auch so. Ich kämp' jetzt auch nur noch hier rum. Scheiß Ding. Alter, direkt über mir ist dieses Riesen-Flugzeug, man. Och Gott. Welches Riesen-Flugzeug. Ah, haben die Paladin? Keine Ahnung, was das ist. Wir können auch einen Krieger haben. Ja, ist mir egal. Ja komm, ich laufe den. Mal gucken, ob's wirklich mal besser wird, oder nicht. Oh, geil. Ich hab mal jemals gekriegt. Wahnsinn. Sieht doch nicht so ruhig gut aus. Ich weiß immer noch bis heute nicht, wie ich mich hinlege, ne? SRG. Och Gott. Och, man, alter. Ich brauch heute das Magazin. Oh, man. Ich hab' meine AK. Ja, schreck' mich immer alle so. Ich bin sehr schreck'er. Woah. Uha. Ja, alter. Ey, guck's euch an, meine Fresse. Ey, gleichsteam, wir spielen mit Team Deadmatch, ja? Ja. Ich bin nicht auf für. Wups. Wir verlieren Alpha. Ich mein, es kann ja auch sein, dass ich nicht so viel rushe, aber... Das kann doch nicht so viel sein, dass der so viel frisst. So rusht einfach zu viel. Also... Ey, maaaann, alter, das kann der echt nicht mehr. Ja, okay, der Gegner. Ich spawne, ich spawne sofort vor einem Gegner. Halbzeit erst. Ey, wir sind ja voll gut, guck mal an. Ja, schon, aber guck mal, ich hab 28. Was ist das denn? Sprengdrohne, das ist natürlich geil. Sprengdrohne. Oh mein Gott, fucking Lobby. Mhm. Ja, das ist ja auch ne Scheißlobby. Ich mein, ich bin ja drin, ne? Da muss das ja ne Scheißlobby sein. Erobert und verteidigt die Flaggen. Nein, 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 nein. Wir holen uns mal gleich C hier. Vor allem, ich hab gestern mal, äh, God of Beauty, Advanced Warfare auf... Guck mal, wieviel der jetzt schon wieder gefressen hat. Aber ich hab den halt trotzdem noch gekillt, aber guck mal, wieviel der einfach mal gefressen hat. Das kann nicht wahr sein. Und ich friss nur so wenig. Du hast Call of Duty, ja. Äh, Advanced Warfare auf, äh, PC... Auf PC gibt's doch. Aber auf Playstation ist das doch voll dumm. Ja, das kann nicht wahr... Boah, das kann echt nicht wahr sein. Ja, wie soll ich jetzt 50 Punkte bekommen? Egal. Dass du wieder aufgestanden bist, ey. Ich seh die Leute einfach nicht, ne? Scheißegal, wo die sind. Ich... Bin voll der Noob hier. Mach deine Augen auf. Alter, was für ein Arsch. Kämmt der da einfach? Ja. Oh nein, feindlicher Goliath, Alter. Jetzt kommt dieser komische Bongo, ey. Was ist das denn? Äh, ja, das ist wie Juggernaut. Ah, ja, okay, oah, das wär ekelhaft. Feindliche Drohne über uns. Der Feind nimmt B1. Das ist immer ganz blöd, wenn man so... ...so krass da reinrennt. Ja, mit so einem fetten Teil, ne? Wie willst du es sonst? Oh, krass. Ich bin noch nicht... Er ist nicht gestorben. Oh, oh. Eigentlich müssen wir ja voll gewinnen, weil wir haben ja... ...den, äh, Hashtag Boozer dabei. Und wie jeder weiß, sind es nur die Leute mit Hashtag cool. Feindliche Drohne online. Wie kommen die denn immer so schnell zu mir? Hashtag homo. Nein. Ey, Mann! Siehste, das war nur homo. Wollt schon sagen. Ich hab A eingenommen, ganz alleine. Ist das nicht cool? Ich bin scheiß auf dich. Aber trotzdem rege ich mich an. Boah. Macht das einen Heidenspaß, ey. Mit so welchen Lutschers zu spielen, ey. Danke. Ja, das ist aber so, ey. Ohne Spaß. Weißt du, ich schieß ihn tausendmal ins Bein, ey. Tausendmal ins Bein. Vor allem mit Spein. Das tut natürlich wahnsinnig weh. Ja, okay, in die Eier. Nein! Oh Gott. Ich bin fast runter gesprungen. Boah, wie die alle. Ach, jetzt verstehe ich erst diesen Tracker. Ach so. Ach so, wird er angezeigt dann, oder was? So, das kann echt nicht wahr sein. Was läuft denn die ganze Zeit weg, Mann? Ja, was war das denn jetzt, Mann? Ich muss das unbedingt bei der Wiederholung grad hier wieder reingucken. Ich wollte schon mal wieder reingucken. Ich hab gedacht, der lebt noch. Oh, ich hab gedacht, der lebt noch. Oh, ich hab gedacht, der lebt noch. Oh, das ist so. Boah, das... Eingenommen. Ihr Wickser. Super toll. Oh, Leute, was machst du denn? Ja, nochmal. Oh, Mann. Sind wir gut? Wurdest du grad gekehlt? Wurdest du grad gekehlt? Was eine Frage. Ja, was denn, Alter? Ganz Zeit, Mann. Ich muss die... Ich muss die... Ich muss die aktuelle, äh, Dings wagen, weil... Ja, guck mal, jetzt hat der Scheiß... Wir verlieren B. Okay, meine... Meine Pistole ist voll mit dem Arsch. Boah, Iller. Ich schieße ein... Ja, deswegen hab ich noch gesagt, deswegen hab ich noch gesagt, Pistole kackiert. Ja, was willst... Was willst du denn sonst nehmen? Du? Ja, wie wär's... Mit zwei Primärwaffen, oder was? Ja, natürlich. Okay. Wenn du das sagst... Oh. Ja, aber hebst du eine Primärwaffe auf. Die sind wahnsinnig gut, ey. Eigentlich krieg ich mich viel mehr auf. Oh, Alter, von hinten! Hm! Zeig uns den Wolf! Von hinten, Mann! Zeig uns den Wolf! Boah, Junge! Scheiße! Ich hab mich verraten! Nein! Shit! Ja, okay. Checker! Wenigstens noch gesiegt! Ja! Noch gesiegt! Gesiegt! Noch gesiegt! Alter, das ist so ne... Ich hab fünfmal mehr erobert wie du! Wow! Mach einfach diese scheiß Team-Dead-Match! Ich konnt's klappen! Nicht nur du! Oh, guck mal! Ja, Alter! Das kann echt nicht... Ich hab neue Sachen gekriegt! Elite! Ähm... Verstärkung Kadett? Was ist das überhaupt? Verstärkung Kadett? Ja. Ähm... Achso, hab ich dann... Das weiß ich selber auch nicht. Ich hab Verstärkung Profi. Ja, aber... Aber egal. Wir haben auch doch schon mal Team-Dead-Match. Nee! 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 ich benutze mal die mp11 also ich will mal ausprobieren wie die ist ich habe so eine mpf mp11 die erste oder welche ist das ist ich habe ja keine ahnung davon das ist diese so als aber die hat voll keine reichweite also der tracker war ganz cool da konnte ich ja wenigstens sehen wer getroffen wurde konnte ich die leute durch die wände sehen aber mir das was bringen so 4 2 2 1 super attacke super ich habe völlig das falsche ding wieder hier und ich treffe gleich wen wetten nee ich hab nicht unbedingt gleich eingetroffen wo dieser typen block mir doch einfach diesen scheiß weg kann mir mal jemand helfen danke weißt du ich stehe da guck als in diesen blöden gang rein es kommt keine sau ich lauf dran vorbei und auf einmal kommen leute einfach so ok friss halt so viel wie du kannst alter ja die waffe ist echt nur auf kurze distanz ja natürlich am besten overkill und die als zweites aber ich was ja gerne weißt du deswegen ist es eigentlich ganz hä was macht er denn er macht jetpack mäßig oder was er ich schwöre gerade er ist geflogen die ganze zeit so der ist ja schweben boah alter guck dir diesen noob an mann wie hieß der denn das kann nicht sein ey ich weiß gar nicht wie vor wir haben alter was hatte er denn für eine waffe er hat da irgendwie alles verbombt grad er hat alles kaputt gebombt grad ich will gar nicht kämpfen können wir denn nicht einen friedenvertrag machen wenn gut ist ein friedenvertrag toll also ich meine ich bin ein bisschen unsafe aber bist du denn über alter ahaha ich schrush immer durch also weil ich ja auch eine mp habe ich schrush immer durch oh cool 4 für verstärkung toll toll vorräte können ja nicht abgeworfen werden so da kommen vorräte will wer vorräte also ich schon ich hab die jetzt extra geholt jetzt nimmt die auch ich wurde getroffen jawohl du die doch okay die klauen sie mir bestimmt gleich yeah ich hab eine drohne gekriegt voll geil boah alter wie kann der mich denn so schnell kennen obwohl ich vorher weiß wo er ist das ist doch nicht fair drohnen assist boah ich hab nur noch 25 muni alter die waffel ist so cool feiert die voll was hast du grad gesagt kontakt in der kiste feindliche drohne über uns oh jetzt frage ich mich ob ich nur snipern kann oh yeah ich hab zwei gekillt nur mit einer granate wie geil ist das denn boah läuft hab ich mich grad gefeiert gut snipen was oh oh guck mal wie viele da sind oh yeah ja ja ich weiß ich kam von hinten und die haben alle auf einen geschossen voll geil ich hab mich endlich mal okay der eine der eine typ hat mit schnellmagazin der typ oh fuck ich konnte noch nicht mal oh shit der war hinter uns okay erst weg okay gut ich glaub irgendwie wie dass irgendeiner gleich von hinten kommt alter cool hey 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 euh hey 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 aber die K5 ist auch echt irgendwie ne Kackbafel für mich naja es geht hey was hat warte mal das will ich jetzt mal gucken was hat der denn da Tag 19 Roundhouse ach das ist ne Shotgun alter Schwede ist hart ja ist die Kack aber er kann damit voll gut umgehen ey wer kann denn nicht mit Shotgun umgehen bitte ich kann denn mal mit Akimbo umgehen alter ja das ist besser du alter ja ok weil Akimbo geht alter aber mit Akimbo geht voll klar aber das kann oh shit oh shit das kann jeder Schaden das sieht aus als ja ok Sieg Junge Sieg Sieg Junge Sieg so mal gucken wer hat den Aske gemacht ja schade guck mal da oben stand ich den wollte ich 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 wollte nicht kicken ja da hat er den da hat er guck mal da schläfst du da oh 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 Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hab ich schon gesagt, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Glaube nicht. Also, ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.